Welche Auswirkungen hat die Zurechnungszeit auf die Höhe einer EM-Rente? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von RentenBescheid24.de. Ich hatte schon in einem vorhergehenden Video mal was ganz allgemein zum Thema Zurechnungszeit, EM-Rente gesagt, welche zwei wichtigen Funktionen die Zurechnungszeit hat. Das können Sie sich gerne in dem Video dann auch nochmal anschauen. Ich würde hier den entsprechenden Link auch nochmal in dieses neue Video mit reinsetzen. Das können Sie sich dann also ganz gerne auch nochmal anschauen. Ja und in diesem Video geht es wie angekündigt mal um die Frage, welche Auswirkungen denn die Zurechnungszeit auf die Höhe einer EM-Rente tatsächlich hat. Und zwar anhand eines einfachen Beispiels mal für eine Rente mit und ohne Zurechnungszeit berechnet, natürlich für eine EM-Rente berechnet. Schauen wir uns mal das Beispiel an, was ich hier gewählt habe. Und zwar geht es wieder mal um unseren Max. Der ist am 31.12.78 geboren. Er hat seit dem 01.01.1995 gearbeitet und ist seit gut zwei Jahren leider schwer erkrankt. Bis zum 31.12.2023 hat Max genau 20 Entgeltpunkte für sein Rentenkonto erwirtschaftet. Er bezieht ab dem 01.01.2024 eine Rente wegen voller Erwerbsminderung auf Dauer. Und zwar bei Eintritt der vollen Erwerbsminderung ebenfalls ab dem 01.01.2024. Das habe ich einfach so gewählt, weil es sich dann einfach vieles leichter berechnen lässt. Der Abschlag in der EM-Rente beträgt 10,8%. Max ist deutlich unterhalb der entsprechenden Jahres- oder Lebensaltersgrenzen, die in § 77 vorherrschen oder vorgegeben sind, wo es dann eventuell einen niedrigeren Abschlag geben kann. Der Rentenwert, der aktuelle Rentenwert pro persönlichen Entgeltpunkt beträgt, das wissen Sie auch, 37,60 Euro, den haben wir ja neu aktualisiert bekommen zum 01.07.2023 mit der Rentenerhöhung. So, gehen wir einfach mal in ein Berechnungsbeispiel rein mit einer EM-Rente ohne Zurechnungszeit, meine Damen und Herren, da fallen Sie doch komplett in Ohnmacht. Also, würde Max seine EM-Rente bezogen auf den Stand der Entgeltpunkte zum 31.12.2023 bekommen, würde er inklusive Abschlag hier eine Monatsrente von 670,78 Euro brutto erhalten. Davon gehen dann noch mal Kranken- und Pflegebeiträge ab, wenn Max in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert ist. Hier habe ich das berechnet, relativ einfach. Ich habe die 20 Entgeltpunkte, die Summe aller Entgeltpunkte, einfach multipliziert mit dem Abschlag 0,892. Dahinter verbirgt sich 10,8% Abschlag. Das ergibt dann 17,8400 persönliche Entgeltpunkte. Und die Monatsrente berechnet sich ja ganz, sagen wir mal, ganz simpel, eigentlich nach der Rentenformel. Wir nehmen die persönlichen Entgeltpunkte, multiplizieren das mit dem Rentenwert 37,60. Natürlich müsste jetzt noch der Rentenartfaktor 1,0 dazukommen. Das habe ich auch mal weggelassen. Und wir kommen auf die 670,78 Euro. Merken Sie sich mal, 670 Euro Monatsrente brutto. Und jetzt berechnen wir genau das gleiche Szenario für Max mit einer EM-Rente mit Zurechnungszeit. Da sieht die Sache schon mal ein bisschen anders aus. Also, jetzt muss ich ein bisschen anders vorgehen. Das heißt also, ich muss jetzt erstmal den sogenannten Gesamtleistungswert herausfinden. Und da habe ich wie folgt gerechnet. Ich habe die 20 Entgeltpunkte, die Max ja bis zum 31.12. erwirtschaftet hat. Er hat ja seit dem 01.01.1995 gearbeitet. Bis zum 31.12.2023 sind das nach meiner Rechnung 28 Jahre. Komme ich pro Jahr auf einen durchschnittlichen Entgeltpunktewert von 0,7143 Entgeltpunkte pro Jahr. Also, ich habe die 20 Entgeltpunkte dividiert durch 28 Jahre. Dann muss ich weiter rechnen. Ich brauche jetzt die Entgeltpunkte pro Monat für diesen Zeitraum. So, und dann nehme ich die 0,7143 Entgeltpunkte, dividiere das durch 12 und komme dann auf einen Gesamtleistungswert pro Monat von 0,0595 Entgeltpunkte. Bitte alles ganz klar vereinfachte Rechnung. Es soll Ihnen einfach nur mal den Unterschied aufzeigen. Der Gesamtleistungswert in der gesetzlichen Rente ist ein deutlich komplizierterer Vorgang. Ich habe hier sozusagen im Grunde genommen gar nicht Unterschieden zwischen der Grundbewertung und der Vergleichsbewertung, sondern ich habe es einfach mal so pauschal rechnet. Jetzt bekommt unser Max die Zurechnungszeit. Und zwar vom 01.01.2024, Beginn der EM-Rente und auch Beginn der Erwerbsminderung, so haben wir es im Beispiel benannt, bis zum 31.01.2046. Wie komme ich dazu? Die Zurechnungszeit endet für Max mit Vollendung des 66. Lebensjahres und ein Kalendermonat. Das heißt also, er würde am 31.01.2046 genau dieses Lebensalter oder zumindest diese Zurechnungszeit bis dahin bekommen. Das sind nochmal 253 Kalendermonate. Ich hoffe, ich habe es richtig gerechnet. Diese 253 Kalendermonate, die multipliziere ich mit dem Gesamtleistungswert 0,0595 und komme dann auf 15,0535 Entgeltpunkte nur für die Zurechnungszeit. Also für diese 253 Kalendermonate Zurechnungszeit bekommt unser Max 15,0535 Entgeltpunkte. Jetzt habe ich die Summe der Entgeltpunkte gesamt. Wir nehmen die 20 Entgeltpunkte, die er schon hat, plus die 15,0535 Entgeltpunkte für die Zurechnungszeit, ergibt dann 35,0535 Entgeltpunkte. Jetzt berechne ich wieder die Monatsrente nach der Rentenformel. Ich nehme die 35,0535 Entgeltpunkte, multipliziere das mit dem Abschlag 0,892, also mit dem Zugangsfaktor und dann auch noch mit dem Rentenwert 37,60 und komme dann auf eine Bruttomonatsrente von 1.175,67 Euro. Das ist die Bruttomonatsrente, die unser Max mit Zurechnungszeit bekommt. Meine Damen und Herren, und dann sieht das im Vergleich so aus. Eine EM-Rente für Max ohne Zurechnungszeit liegt bei 670,78 Euro. Eine EM-Rente mit Zurechnungszeit liegt bei 1.175,67 Euro. Der Unterschied macht in den beiden Berechnungen sage und schreibe 504,89 Euro aus. Meine Damen und Herren, damit ist klar, dass eine EM-Rente, wenn die Zurechnungszeit mit einberechnet wird, natürlich deutlich höher ist als eine EM-Rente ohne Zurechnungszeit. Eine EM-Rente ohne Zurechnungszeit ist denkbar, aber nur in ganz, ganz geringen Ausnahmefällen, wenn jemand schon sehr, sehr ein hohes Lebensalter erreicht hat, schon fast an der Regelartersgrenze heran und da noch eine EM-Rente bekommen würde, dann kann es sein, dass er vielleicht dort keine Zurechnungszeit bekommt. Aber die meisten von uns, die meisten von denjenigen, die eine EM-Rente beziehen, sind ja deutlich jünger als 60 oder jünger als 65 und deshalb bekommen die meisten von Ihnen Betroffenen mit eine EM-Rente oder aber auch eine hinterbliebenen Rente mit Zurechnungszeit berechnet. Meine Damen und Herren, das soll es gewesen sein, das soll einfach mal Ihnen klar machen, dieses Berechnungsbeispiel oder diese beiden Berechnungsbeispiele, wie es aussieht mit einer EM-Rente mit und ohne Zurechnungszeit. Ich hoffe, Sie sind mit meiner Berechnung einigermaßen klargekommen, ansonsten schreiben Sie in Ihre Kommentare. Ich wünsche Ihnen alles Gute, eine rentenstarke Zeit, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.